Ja, Shalom Aleikum, ich bin's der göttliche Orwe Schatauer ist, ähm, ja, gerade eingetrudelt vor wenigen Minuten in Tschetschenien. Wir lassen mal quatschen. Willkommen in Tschetschenien, die Sonne brennt, es sind gefühlte 40 Grad. Hier, die Füße, jetzt sind sie. Jetzt steht der Schatauer zum ersten Mal in Tschetschenien mit seinen Freunden. Willkommen in Tschetschenien, jetzt sind die Füße auf tschetschenischem Boden, Leute. Das erste Mal in meinem Leben, guckt mal, wie sie alle dastehen, wie angewurzelt, meine Freunde. Da ist die Grenze, da vorne ist die Grenze, da sind die Wachposten. Wir sind in Tschetschenien. Oh, warm ist es, aber warm ist es. Grüße nach Deutschland, hier sind so gefühlte 40 Grad, sind das jetzt in der Sonne. Ja, ich sag mal, Grüße zurück, ich werde das Video beim Hochladen, den Link packe ich hier natürlich dabei. Alle, die an, Troschbach heißt das, glaube ich, die Friedensfahrt 2017, Russland, Tschetschenien, einmal den kompletten Ostblock, aber rocken, interessiert sind. Schaut euch das Video an, immer wieder interessant, mitmachen, dabei sein. Jibjahjee, Schweinewacke, bis nachher. 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 Jibjahjee, bis nachher. Jibjahjee, bis nachher. Vielen Dank.